Hallo Jungs, was geht ab? Das ist der Raskolnitz, 77 mit dem Tutankhamun. Wir sind im Krota-Lite und wir legen jetzt zum Zweiten. Los geht's! Los geht's! No damage! No damage! No damage! Lust oder Kelch? Komm runter! Komm zu mir runter in diesem Fall. Unter dem Räumen, ja. Du musst einfach schnell sein. Oh nein, shit, ich habe das Ding geschlossen. Ich glaube, Krota ist gelaufen. Ja, der wird gelaufen. Also. Ja, macht nichts. Krota, ich fahre abmachen. Und damage. Tschau. Juhuu. Jungs, was ist es gewesen? Krota, Light. Tutankhamun, Raskal1977. Merci für das Zuschauen. Voll geil. Juhuu. Tschau zusammen.